Ich habe ja schon seit längeren Monaten mein Klavier und mein Keyboard und heute zeige ich euch in diesem Video, wie man das Klavier spielen lernt. Als ich noch etwas kleiner war, da hatte ich ein Klavier, ein Keyboard und da habe ich schon gespielt, wie ich klein war, so gut und dann später bin ich halt in, mir hat das interessiert und später bin ich dann halt in eine Musikschule gegangen. Ja, ich konnte schon von Grund aus Keyboard spielen und ja, das habe ich halt dann mit Not noch gelernt, so. Später habe ich dann meinen YouTube-Kanal Musikbox gegründet und ja, jetzt mache ich YouTube-Videos. Lasst einen Like da. Tutorials am besten geeignet. Später kann man dann in die Musikschule gehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wenn ja, dann lasst einen Like da und zerstört den Abonnier-Button. Ich muss reicher werden. Servus. Ich kann nicht mit, ich bin, ich bin, ich bin...